Musik Hallo liebe Leute, mein Name ist Jasmin Eder. Ich habe die Ehre, die Kapitänin vom FSK Simacek St. Pölten zu sein. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir am Mittwoch unser Champions League Spiel zu Hause in St. Pölten am Voigtplatz und wir würden uns riesig freuen, wenn so viele wie möglich Zuschauer kommen und uns unterstützen würden. Buongiorno la mia ex-Squadra, Mercodice Champions. Abbiamo vinto, anche oggi siamo già pronte e io vi aspetto. Espero che va bene, in bocca al lupo per voi. Du-du-du-du, du-du-du! Du-du-du-du! Du-du-du-du! Bis zum nächsten Mal.